Hallo und willkommen zu einem weiteren kurzen Adventure Review. Das über Kickstarter mitfinanzierte Adventure Stasis von The Brotherhood, das wir uns heute anschauen, wurde zwar von Daedalic gepublished, hat jedoch mit den anderen Adventures von Daedalic wenig gemein. Das fängt bereits bei der Perspektive an, wenn Stasis spielen wir in einer isometrischen Draufsicht. Auch das Setting ist sehr unüblich und lässt sich noch am ehesten mit Dead Space oder System Shock vergleichen. Wir wachen aus der titelgebenden Stasis auf, in die wir zusammen mit Kind und Frau für eine Raumschiffreise versetzt wurden. Nur ist von Frau und Kind erstmal keine Spur zu finden und selbst das Raumschiff, auf dem wir uns befinden, ist ein anderes. Schnell stellt sich heraus, dass es sich um ein geheimes Forschungsschiff handelt, auf dem moralisch nicht vertretbare Experimente durchgeführt werden. Diese Experimente lassen das Spiel teilweise sehr abartig wirken und werden in einer Art und Weise inszeniert, die vermutlich einigen Spielern zu weit gehen dürfte und die wohl auch für das Ab-18-Pegi-Siegel ausschlaggebend sein dürfte. In Point-and-Click-Manier erkunden wir nun das Schiff, machen uns auf die Suche nach den Familienmitgliedern und lesen die Geschichte vor allem in zurückgelassenen digitalen Notizbüchern nach. Kurz nach dem Start eilten wir außerdem noch über Funkhilfe von Thea, die uns anscheinend live verfolgen und mit Informationen versorgen kann. Die Story fand ich nicht besonders überzeugend. Das Spiel hat natürlich auch einen schwereren Stand als beispielsweise ein Deponier, da es in einem Spiel mit einer ernsten Geschichte auch wesentlich wichtiger ist, dass diese Geschichte in sich schlüssig ist. Das schienen sie mir in Stasis aber nicht zu sein, weder beim Wechsel von Szene zu Szene im eigentlichen Spielgeschehen, noch im großen und übergreifenden Geschichtsstrang, der sehr konstruiert wirkt. Gerade, wenn man über die ersten drei oder vier von den etwa zehn Spielstunden hinaus ist. Einen erheblichen Teil dieser Zeit wird man auch mit dem Lesen der Logs verbringen, die auf Deutsch sehr gut geschrieben sind, auch wenn man immer wieder auf Tippfehler stoßen wird. Darin wird einem ausführlich nahegebracht, wie es der Crew auf dem Schiff ergangen ist. Besonders viel Sinn macht es dann aber auch nicht, dass die Crew in diese Logs, die ja für die Corporation geführt werden sollen, auch schon mal schreibt, dass sie deren Firmengeheimnisse verkauft und ähnliches. Und als Spieler habe ich das Gefühl, mehr über die eine oder andere Person der Schiffsbesatzung zu wissen, als über den eigenen Charakter, zu welchem es neben einer kurzen Zwischensequenz kaum Informationen gibt. Wenn auch immer noch mehr als Totea, die uns über Funk unterstützt. Und viel mehr lebende Charaktere gibt es im Spiel auch nicht. Einige der Kommentare und Dialoge zwischen den Charakteren haben nicht wirklich passend und manchmal sogar unfreiwillig komisch gewirkt, sodass ich insgesamt die eigentliche Geschichte weder als besonders gut geschrieben noch als besonders immersiv erzählt bezeichnen würde. Besonders skurril und unfreiwillig komisch ist wohl auch, dass er mit dem Spielcharakter auf unterschiedlichste Weisen Selbstmord begehen kann. Tod durch Brechstange im Kopf. Mechanisch ist das Spiel extrem einfach gestrickt. Eine Komfortfunktion, wie alle interagierbaren Objekte anzeigen zu lassen, gibt es nicht. Ebenso wenig wie eine Option, die Gegenstände aus dem Inventar durchzuscrollen. Auch welche Gegenstände aus dem Inventar man mit Umgebungsobjekten oder miteinander kombinieren kann, sieht man nicht vorab und muss ausgetestet werden. Geht man mit dem Cursor über ein Objekt, wird einem grundsätzlich unten rechts eine Beschreibung dazu eingeblendet. Bei den Objekten, bei denen lediglich ein Auge angezeigt wird, ist ansonsten auch schon nicht mehr zu machen. Außer in einigen Fällen noch Gegenstände damit zu kombinieren. Bei anderen Objekten, wie PDAs oder Gegenstände, die man mitnehmen oder benutzen kann, wird entsprechend eine Hand eingeblendet. Mit einem Doppelklick kann man den Charakter laufen lassen. Die Qualität der Rätsel ist sehr durchwachsen. In der Regel muss man natürlich Gegenstände einsammeln und diese dann irgendwie benutzen. Mal mehr und mal weniger logisch. Der Charakter gibt hingegen aber auch keinerlei Hilfestellungen. Ein konkretes Beispiel wäre, dass man in Stasis an einer Stelle ein Loch zukleben muss. Benutzt man die Metallplakette mit dem Loch, würde der Charakter in anderen Spielen möglicherweise sagen, die Idee ist schon gut, aber das hält so nicht. Der Charakter in Stasis gibt aber immer nur einen Standardspruch von sich, der in sich auch manchmal absurd wirkt, wenn man bedenkt, dass er sich ohne zu meckern eine Brechstange ins Gesicht rammt. Es gibt außerdem ein paar wenige Rätsel, die jenseits der Benutze-Gegenstand mit Objektformel liegen und die ebenfalls mal gut und mal weniger gut funktionieren. Aus technischer Sicht weist das Spiel einige Mängel auf. Angefangen mit einem fehlenden Optionsmenü im Spiel. Stattdessen muss man eine externe Datei starten, um Grafik und Lautstärke umzustellen. Und eben die ist dann aber in den wenigen Videosequenzen wesentlich leiser als im Rest des Spiels. Ähnliche Kleinigkeiten, die nicht 100% rund wirken, aber auch kein Drama sind, gibt es dann auch noch an anderen Stellen. Nimmt man beispielsweise eine Ampulle auf, hat aber schon eine, dann gibt es keine Meldung des Charakters, dass es nicht geht. Der Gegenstand wird einfach aufgenommen und verschwindet, bis man einen neuen herstellt. An vielen Stellen kann man im Spiel sterben, was an sich ja erstmal kein Problem ist. Lästig wird es aber, wenn man da nicht genau davor wieder zurückgesetzt wird, sondern an einer Stelle, an der der Charakter erstmal wieder einen Dialog führen will, den man nicht wegklicken kann. Die Grafik von Stasis ist zwar nicht schlecht, aber eben auch doch etwas krümelig, als würde man ein Spiel in einer niedrigeren Auflösung spielen. Die Musik, die unter anderem von Mark Morgan stammt, ist mir weder negativ noch positiv aufgefallen, abgesehen davon, dass sie zuweilen etwas zu laut geraten war. Und damit kann ich Stasis insgesamt persönlich nicht empfehlen. Es hat einfach zu viele Ecken und Kanten und nicht wirklich etwas, das es besonders gut macht. Weder die Geschichte noch die Rätsel überzeugen und das Setting war mir dann auch zeitweise eine Ecke zu abartig. Die Spielzeit beläuft sich auf insgesamt etwa 10 Stunden, von denen die ersten Stunden die besten sind. Danach wird das Spiel sowohl bei der Story als auch bei den Rätseln zunehmend unlogischer. Von mir gibt es insgesamt für Stasis einen Daumen auf halbem Weg nach unten. Sollte man sich von dem Setting nicht abgestoßen fühlen, dann würde ich empfehlen, das Spiel maximal in einem Sale zu kaufen. Für den aktuellen Preis von 20 Euro würde ich von Stasis in jedem Fall abragen. Damit verabschiede ich mich und werde mich noch etwas im Raumschiff umsehen. Oh, was haben wir denn hier? Ein Neuralbohrer, was können wir denn damit machen? Ah, so an den Kopf und äh... Schreie schw recherche. Untertitelung des ZDF, 2020